Die Menschen heutzutage sitzen den ganzen Tag im Büro, ernähren sich schlecht, fühlen im Körper nur schlechte Sachen zu und wundern sich am Ende des Tages, warum sie krank werden, Rückenprobleme haben und einfach nicht glücklich sind im Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich erlebe Menschen, die nach drei, vier Monaten intensiven Training deutlich selbstbewusster durchs Leben gehen. Ich sage immer, Haltung basiert ja auf zwei Faktoren. Das eine ist ja der Körper und das andere ist der Geist und die Dinge sind nun mal voneinander abhängig. Seit ich mit dem Sport angefangen habe, hat sich eigentlich mein komplettes Leben verändert. Meine Gefühlslage hat sich verändert. Ich gehe positiver durchs Leben. Ich bin ausgeglichener, um einiges ausgeglichener. Ich bin selbstbewusster geworden. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man die Kleider tragen kann, die man schon immer tragen wollte. Ich bin selbstbewusster geworden. Seinen inneren Schweinehund kann man am besten überlisten, wenn man sich A, zu Ziele steckt. Ich muss genau wissen, was möchte ich damit verändern? Wie soll es später aussehen? Ich habe ein Bild in mir. Wie sieht es aus, wenn ich 10 Kilo weniger wiege? Wie sieht es aus, wenn ich 10 Kilogramm mehr Muskulatur habe? Dieses Ziel muss verinnerlicht werden. Und dann heißt es anfangen, in kleinen Schritten. Wie sehen Sie? Wie sehen Sie? Wie sehen Sie? Wie sehen Sie? Wie Central? Wie requirement evolved nacherem. Wohl. Funktionale Kleidung erleichtert mir mein Training. Das beginnt bei den Schuhen, geht über Shirts und auch die Hosen, die ich trage. Abgesehen davon von Funktionskleidung, die einen Sinn hat, kommt der optische Effekt immer dazu, dass man sich in den Spiegel schaut und das Gefühl hat, das schaut gut aus. Was ich mache, was ich anhabe, wie mein Körper aussieht, das motiviert natürlich zusätzlich. Bei guter Kleidung hat man den Vorteil, dass man sich wohler fühlt, sie sitzt gut, sie sollte auch schweißabsorbierend sein, kühlend sein. Klar, man muss bei den Übungen die gewisse Elastizität haben, dass man die Übungen wirklich in der vollen Bewegung durchführen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Diese Dinge, die packe ich aus meiner Sporttasche, ziehe sie an und sie funktionieren. Untertitelung des ZDF, 2020